Ich zwinge mich zu einem halben Lächeln Und doch bist du hier bei mir Also ist sie nicht streng, nicht wirklich Ein Augenblick vergeht, dann noch einer und noch einer Alles okay? Frage ich mit hochgezogenen Brauen Mails Gesichtsausdruck verfinstert sich In den letzten zwei Tagen sind in Londons Straßen Wieder ein Dutzend Gewaltverbrechen geschehen Ebenso verschwinden Leute einfach Dahinter stecken garantiert die Abtrünnigen Vermutlich ist sie deshalb so eine schreckliche Glucke Wie kommt ihr darauf, dass diese Abtrünnigen Schuld tragen?